Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 1 Level Per Day. Das heutige Level ist von einem treuen Zuschauer, einem richtig treuen Zuschauer und es ist der Dark Link, ihr seht es ja schon. Eine Abschlussrate von 1,16%, 4 Leute von 58 haben es schon geschafft und das sind wie du mir, so ich dir Ideen für den Korti. Ich bin mal neugierig, was mich erwartet, weil klar, Korti, aber ich bin auch noch da. Wir schauen mal. Wie du mir, so ich dir Ideen für Korti. Okay, haben wir Invisible Blocks. Komm. Okay, gut. So, hier rein. Nein! Ah! Den nehmen wir mal mit. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage. Brauche ich den? Das ist ja unfair. Ah, verdammt. Vergessen! Nein! Oh Mann. Eigentlich brauche ich den. Habt mich nicht erwischt. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Oh, ihr hättet doch jedenfalls mal ein Checkpoint geben können. Warum macht ihr das? Danke. Schön, da komm. Schuhe raus. Ach nö, komm runter. Danke. Ach, ist das schön. So, warten. These shoes are made for walking on a thrumpy day. I just take my boot and make this level go away. Yeah. Aber mit den Tricks kam Korti auch schon. Und deswegen... Ich hab's jetzt in unter 5 Minuten geschafft. Daher... Stern, klar? Klar, klar. Klar, Stern, ne? Wenn ihr aber auch Level habt oder Ideen, dann würde ich sagen, ab damit in die Videokommentare. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.